Leverer am Samstag. Mut, Schweiß und Tränen. Der Sportausblick aufs Wochenende. Auf der Antenne. So, und dann haben wir wieder unser Highlight aus den steirischen Fußball-Unterklassen. Morgen Sonntag, Anpfiff ist um 14 Uhr. Ein Spiel der ersten Klasse Ost-B. El Clasico des Ostens, wirklich. Ohne Schmäh. Bitte. USV Magna-Albersdorf-Fribuch gegen SC Raiffeisen-St. Trupprecht an der Rad. Das ist das Derby-Olli. Wenn man wirklich, also ich bin ja aus der Gegend, wenn man dort auf diesem Fußballplatz in Albersdorf ist, das sollte man sich einfach gerne mal anschauen. Das ist Kabarett. Kabarett am Platz oder Kabarett neben dem Platz? Beides. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Das ist mir jetzt ein bisschen eine Aute-Aussage. Wenn man gerne auf Fußballplätzen ist, ist das ein Highlight. Das ist ein Pflichttermin, Albersdorf gegen Rupprecht, morgen Sonntag um 14 Uhr. Das ist der Top-Tipp. Herr Seidel, vielen Dank. Bitteschön. Leverer am Samstag. Von 8 bis 2 auf die Antenne. Leverer am Samstag.